ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr mit dabei seid hier auf münsterland tv noch genauer auf der irgendwo in thüringen die zweite folge schön dass ihr dabei seid und ja drecher haben wir her gefahren eine ganze folge für gebraucht und damit sich weiter so geht würde ich sagen wir starten jetzt mal hier den jcp überladen wagen brauchen wir nicht nur noch ein john deere bitte anna lenas herz hochschlagen aber wir fahren jetzt ich würde auch vorwärts fahren jetzt haben wir direkt oben ach ja so schönes wetter heute schöne zeit zu ernten wir fahren erst mit dem fluss und dann rein hat so geschafft er ist 30 wegen kinder und dann muss der ist gleich hier rein sehr gut ach ja auch nicht wunderschön in der piene auf jeden fall mag das wenn durch das weiß wo schon durch die biese da noch so die guten gucken ist es nicht irgendwo der trecher stehen wir sind jetzt falsch gefahren da ist auch schon was rotes und das ist keine kornblume dann muss ich erstmal jetzt hier im schatten stehen lassen und heizt ja nicht so auf wenn wir nachher einsteigen so so safety first ne sicher geht alle an so jetzt heißt es anhängen ich hoffe dass wir beim richtigen feld stehen das habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig geguckt weiß nicht warum wir hier auch so ran gesucht sind die doppel bereifung mag ich gar nicht ja 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 Ich hoffe, dass wir das jetzt rein kriegen. Besser wollen wir aufs Feld fahren können, glaube ich. Wir müssen den Ertrag runtergeschraubt, den wir abgeben müssen. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Dann einmal hier zusammenklappen. Dann machen wir hier auch einmal. Dann nochmal wechseln. Mal gucken, wir müssen hier irgendwas anschließen bestimmt. Okay. Ja, das war ein bisschen Geld verdienen. Ich versuche hier auch hauptsächlich in Erinnern sich zu fahren. Es ist für mich ein Entspannungs-Let's Play. Schön ein bisschen NS-Spielen ohne Druck zu haben, dass ich fertig werden muss und sonstiges. Und daher entspannt euch, lehnt euch zurück. Schaut vielleicht zum Einschlafen oder whatever. und in dem wird es mich sogar noch nicht mehr stöhnen. Er sagt, oh, ich bin eingeschlafen. Das ist gut, es läuft. Ich glaube, da die Kante ist im Augenblick entscheidend. Das ist halt auch kein kleines Feld, ne? Das gibt aber dafür 10k, glaube ich, ne? Minus 2 für die Fahrzeuge. Wir hatten ja keinen. Wir haben da nichts. Bis jetzt klappt es ganz gut. Da muss der Händler die Fahrzeuge jemalisch machen. Das erste Mal hier, der erste Tag in der Stadt. Da hat es ja den Lohnert mit dem Landwirt gegeben. Wer ist denn denn Bernhard, oder? Da sind alle Bernhard bei mir. Ich kann zu. Die Milliarde blüten da hinten, die müssen wir wegmachen. Das Geschwölz dahinten. 14.000 gehen hier rein, das ist schon mal gut. Ich lege mir noch ein paar Folgen auf für unsere kleinen Fahrer. Das ist schon cool, dass die Damen da so Lust zu haben, ne? Minimi hat sowieso immer Lust. Der ist immer mit dabei, der ist cool. Und auch U-Ziffer ist dann am nächsten Mal mit dabei. Was halt das Wochenende nicht gepasst. Aber heute weiß ich gar nicht, wer was ist. Ich bin auch heute mit zwei Folgen. Weil denn heute gibt's Montag bis heute. Gibt's den Stream Supermarket Simulator. Und da sind ja die Gemüter erhitzt, ne? Mod, nein, ja. Scanner-Mod musst du machen. Mach Licht ins Lager. Aber es ist schön, dass alle so mitfiebert. Was? Man muss halt abschalten und sagen, wie ich will. Schön, dass er dabei wird. Und ich will ja auch, dass er kommentiert bin. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ach, schafft er die erste Runde? Ich hab grad Kaffee Lust. Ich will mal einen Kaffee holen. Ja, erstmal schön mit dem Grundstück angefangen. Aber ja, wenn man's nicht macht, dann macht man's nie, weil man das Geld da hinten hat. Dann lieber jetzt mit Aufträgen ein bisschen Geld dran schaffen. Den ersten Trecker irgendwann besorgen. Jetzt gehen wir schon hin, oder? Ist jetzt kein Null-Euro-Projekt. Soll's auch nicht werden. Und dann immer. Ah, ich merk's. Wenn nicht gehen, ist es halt keine Form von Langeweile. Sondern eher mal entspannt. Und das find ich gut. Den ganzen Tag mit Arbeit muss man sowieso schon nachdenken. Jetzt Supermarket Simulator muss ich jetzt auch nicht mehr so viel nachdenken. Und da werden wir jetzt schön durchbuschen. Das war zum Endgame kommen. Das wär cool. Wenn ich da den Supermarket... Wir haben noch 20 Ausbaustüchen, ne? Wenn wir da noch einiges... Ah, der ist noch gleich voll. Und der Anhänger auch. Äh, der Trecher auch. Aber wir können die andere Seite stehen bleiben. Ja, der Fluss ist schön. Das ist nur blöd, wenn man auf der anderen Seite kommt. Das ist schade, dass das Spiel nicht funktioniert. Das Einzige, was ich hätte noch mal ausprobieren können... Das ist jetzt auch zu spät. Das Spiel hab ich zurückgegeben. Ob ich... Vielleicht die Button... Äh, ob das hier installiert war. Hier Steam, wenn ich da drüber... Das ist deswegen... Das Lenkrad nicht einzuständigen. Ja. Kann ich noch mal hier stehen bleiben? Und so ist die Platterpass auch auf der Hupe. Das sind alles Standardfahrzeuge, schade. Aber ich weiß nicht ob ich es mal so explizit in einem Video oder in einem Stream gesagt habe. Also ich bin super glücklich mit dem neuen Lenkrad hier von Cori. Ich bin super glücklich mit dem Lenkrad. Ich bin super glücklich mit dem Lenkrad. Okay, fangen wir weiter. 20% haben wir schon vom Ergebnis her, von der Ernte her. Ich glaube 80 ist Ernte. Ja. 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 Das ist immer gut. Jetzt wird es so voll ab. Das ist schon voll zu sein, ne? Auch eine sehr seltene Form, muss man sagen. Das ist langgezogen. Ich würde sagen Kackwurst, aber darf er ein Stück nicht im Schuh sagen. Diesen Wurm hier, die Schlange. Da drüben die Wiese stellt mir wieder cool vor. Wie zu nähen und zu fressen. Schon wie eine lange Bahn, ne? Aber auch das gehört hier hin. Das ist ja nicht unser Feld. Wir müssen es nur abholen. Jetzt spitzern wir auf jeden Fall nicht zurück. Aber jetzt kann er erleben, wie es fahren. Beziehungsweise, wie ich das ja auch erfahre. Ja, Fall. 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 Ja. Ja, Fall. Ich weiß dir auch, Kerzen, schon. Ja, Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 98 Da hinten war eine Senke, deswegen hat er sie nicht mitgenommen. Vielleicht können wir die nachher von dem 90 Grad Winkel wegkommen. Ich glaube, er nimmt es nicht mit, also wir würden es jetzt nicht kaputt fahren, weil wir ja nicht nur unser Feld sind, sondern Wohner. Und jetzt kommt es wieder auf den Weg, also wir können es nicht mitnehmen, aber wir machen es nicht mit, also wir können es nicht mitnehmen, sondern es ist nicht mitnehmen. Wir haben noch ein Stück. Und in der Zeit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Folge. Es wird wirklich eine ruhige Folge. Wer hier Action erwartet, ist hier wahrscheinlich falsch. Aber wer schön entspannt ist, wenn es sehen möchte, wenn man langsam runterkommt und es sehen möchte, wie man vorankommt, was man tut, wie man es tut, auf was gehe ich, auf Tiere. Welche Tiere gehe ich, welche Fahrzeuge nehme ich. Oder einfach nur sich mit mir unterhalten möchte in den Kommentaren. Dann seid ihr für den auch richtig und herzlich willkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut euch mal die Playlist und unsere alte Farbe an. Macht euch Spaß. Bis demnächst.